Minecraft-Mods, die du nicht kennst. Mit dieser Mod könnt ihr japanische Altäre craften. Dazu müsst ihr unten Polished Ender-Seite machen, rechts und links einen Zaun und oben Oak Slabs. Dann braucht ihr mindestens 5 Level und ein Brot. Mit Rechtsklick auf den Altar bekommt ihr dann einen Segen. Nämlich hier einmal den Glowing-Effekt für ein paar Sekunden. Resistance. Es ist immer ein zufälliger Effekt beim Brot. Und den Blessing-Effekt. Wenn ihr jetzt aber zum Beispiel mit Blaze Powder Rechtsklick drauf macht, dann bekommt ihr Stärkes und das 10 Minuten. Wenn euch die Mod gefällt, lasst unbedingt ein Like da.